Schon auf der Straße eine erste Visitenkarte. Aha, da also geht's zur Firma Salmere, den Werbedesigner in Kaufring. Hier entsteht alles Mögliche rund um Werbung und Beschriftung. Immer auf dem Stand der neuesten Technik. Das ist ja auch selbstverständlich für einen Meisterbetrieb. Die Beschriftungshalle ist lang und hoch. So hoch, dass sogar ein Reisebus reinpassen täte, sogar ein Doppelsteckiger. Man sieht, hier kann so einiges beschriftet werden. Die Schilder werden in einem eigenen Sägeramm zugeschnitten. Vieles ist noch Handarbeit bei der Firma Salmere. Ein spezieller Flachbettplotter kann unter anderem sogar Malerschablonen anfertigen. Das kriegt man auch nicht überall. Egal ob selbstklebende Folien, Papier oder Stoff, zwei Digitaldrucker können sämtliche Motive auf verschiedene Untergründe bringen. Textilien gibt's beim Salmere auch. Segelbekleidung von Musto hätte man da zum Beispiel. Sie kann dann auch gleich nach Kundenwunsch beschriftet werden. Und da hat man gleich mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Entweder kommen die Stickmaschinen zum Einsatz oder das Motiv wird per Siebdruck oder Thermotransfer auf den Stoff gebracht. Für seine Kreativität wurde Werbedesign Salmere übrigens schon mehrmals ausgezeichnet. Schauen Sie halt einmal vorbei und überzeugen Sie sich selber, wie viele Möglichkeiten Werbedesign Salmere bieten kann. Neu sind gerade die Werbepakete für Selbstständige. Also auf geht's nach Kaufring zum Salmere.